Es ist nicht, wie du denkst, okay? Sie... Sie ist niemand. Los, verschwinde! Was? Komm schon! Schatz, es ist nichts. Hey, sie bedeutet mir nichts, Schatz. Verzeih mir. Hi, Katie. Komm her. Fass mich nicht an. Okay, Katie. Es ist nicht wegen deines Einsatzes. Und warum tust du es dann? Warum ich mit dir schlafe? Weil sie wie eine Frau aussieht, okay? Und nicht wie ein Soldat. Wir nehmen dich endlich wie eine Frau, um Himmels Willen, wenn du nicht betrogen werden willst. Glaub mir, niemand schläft gern mit einer, ähm, G.I.J. Ich war im Krieg und ich weiß, was echter körperlicher Schmerz ist. Aber ich wusste nicht, dass manche Worte noch viel schmerzhafter sein konnten. Ich wurde innerlich von Wut zerrissen.